Hallo zusammen und herzlich Willkommen bei Gidor Quafer. Ich habe mich für Gidor Quafer entschieden, weil ich schon zwei Kolleginnen hatte, die die Lehre gemacht haben. Und sie haben mir Gidor eigentlich empfohlen. Was ist der Vorteil bei Gidor Quafer? Der Vorteil bei Gidor Quafer ist, wenn man genug in den Modellen mitbringt, kann man ziemlich schnell selbstständig arbeiten. Man muss sicher mitbringen, Teamfähigkeit, Flexibilität und ein gutes Selbstvertrauen. Ich habe mich für den Lehrer als Quafer entschieden, weil man sehr kreativ sein kann. Das Endergebnis kann man sehen und den Kundenkontakt. Das ist mir sehr wichtig. Und wenn wir euer Interesse gewendet haben, dann bewirbt euch bei Gidor Quafer. Und wenn wir euer Interesse gewendet haben,